Natascha Ochsenknecht, nicht mehr mein Kind, Kontaktabbruch mit Jimmy Blue Es wird immer schlimmer. Jimmy Blue Ochsenknecht und seine Familie haben sich nichts mehr zu sagen. Eigentlich waren die Ochsenknechts immer ein Herz und eine Seele. Doch seit Jimmy Blue Ochsenknecht, 32, mit seiner Freundin Laura Marie Geisler, 25, zusammen ist, scheint es bergab zu gehen. Von der blonden Rennfahrerin halten seine Angehörigen nämlich nichts. Und als wäre die Lage noch nicht angespannt genug, hat Jimmy auch noch den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen. Mama Natascha ist verletzt. Natascha Ochsenknecht, 59, kann kaum glauben, wie ihr Sohn sich verhält, seit er in der Beziehung mit Laura Marie stärkt. In der Reality-Doku dieser Ochsenknechts spricht sie über das letzte Gespräch mit Jimmy. Das war nicht mehr mein Kind, berichtet sie entsetzt. Es war, als wären seine Nachrichten von jemandem diktiert worden. Außerdem deutet sie an, dass ihr Sohn sie beleidigt hat. Natürlich ist er mein Sohn und ich stehe hinter ihm. Ich stehe aber nicht hinter seinem Verhalten, so Natascha. So scheint die Familie auch zu vermuten, dass Laura Marie dafür verantwortlich ist, dass Jimmy sein Schneeflocken-Tattoo hat überstechen lassen. Dieses hatte er sich damals für seine Tochter Snow, 2, zugelegt. Nicht nur Natascha, sondern auch Jimmys Geschwister sind total enttäuscht. Wenn man ein Kind in die Welt setzt, sollte man sich drum kümmern, findet Wilson Gonzales, 33. Allerdings rechnet er nicht damit, dass sich die Dinge bald ändern werden. Es wird so lange dauern, wie Laura in Jimmys Leben ist, ist er sich sicher. Und Cheyenne Ochsenknecht, 23, die hat ebenfalls die Nase voll. Auf den Kontakt mit Jimmy Blue hat sie keine Lust mehr, solange er sein Verhalten nicht ändert. Was für ein Familiendrama!